Moderne Tracking- und Telemetriesysteme dienen zur Erfassung und Übertragung von Maschinendaten auf Geräten wie Computern und Smartphones. Damit können neben der exakten Position auch unterschiedliche Fahrzeuginformationen von überall aus erfasst werden. Der Einsatz von GPS-Signalen ist unverzichtbar in der modernen Landwirtschaft. Maschinen werden immer vernetzter und auch teurer. Entsprechend lohnt sich ein modernes Flottenmanagement, um über den genauen Standort der Fahrzeuge jederzeit Bescheid zu wissen. Telemetrie ist die automatisierte Messung und drahtlose Übertragung von Daten in die Cloud. Hierfür messen Sensoren an der Quelle vor Ort und nehmen relevante Daten auf. Anschließend können diese Daten dann per Computer oder Smartphone empfangen und ausgelesen werden. Je nach Sensor könnten hier zum Beispiel Maschinenwerte oder Wetterdaten gemessen werden und eben auch Positionsdaten über GPS. Ein weiterer Einsatzzweck ist die Registrierung von Arbeitsvorgängen bzw. Zeiten per Chip-Identifikation. Bei Beginn bzw. Abschluss der Arbeit meldet sich der Fahrer mit einem personalisierten Chip bei der Telemetrieeinheit an. Somit kann man nicht nur nachvollziehen, wer mit der Maschine gearbeitet hat, sondern auch wie lange. Ein perfektes Zeiterfassungssystem. Tracking-Systeme lassen sich unkompliziert in fast allen Fahrzeugen anbringen. Grundsätzlich besteht sie aus folgenden Komponenten. Der Telemetrieeinheit, smarten Sensoren und einem Kabelbaum, der Komponenten miteinander verbindet. Nicht nur für Großbetriebe mit einer Vielzahl von Maschinen ist so eine Tracking-Lösung von Relevanz. Auch kleinere Betriebe sollten diese einsetzen, ist der Diebstahl von Fahrzeugen doch eine große potenzielle Bedrohung. Und dank der Daten von den Sensoren lässt sich die aktuelle Situation am Feld ideal bewerten und man kann schnell handeln, um Optimierungen durchzuführen. Auch für Maschinengemeinschaften, die gemeinsam eine Maschine verwenden, wird die Abrechnung leichter. Dank Chip-Identifikation lässt sich automatisch nachvollziehen, wer, wann, welches Gerät wie genutzt hat. Du willst noch mehr zu diesem Thema wissen? Der Maschinenring Helpdesk steht dir dafür gerne zur Verfügung. Weitere Infos findest du auf unserer Website. Auskünfte gerne direkt per Telefon und Mail.